Il Lago di Garda, allein schon der Name dieses italienischen Restaurants in Landsberg am Lech, ist Musik in den Ohren. Direkt an der romantischen Straße gelegen, verwöhnt Restaurante-Inhaber Senahit Burnic seine Gäste nach allen Regeln der Kunst. Ob frischer Lachs und Scampi, saisonale Köstlichkeiten wie Wild und Spargel oder die knusprige Pizza. Alle Kulinarik-Träume werden ausschließlich aus frischen Zutaten und mit viel Amore zubereitet. Ein weiteres Highlight des italienischen Restaurants sind die Grillabende im herrlichen Gastgarten. Herzlich willkommen sind dabei auch Familien mit Kindern, die sich über ganz spezielle Angebote und eine Spielecke freuen dürfen. Kein Wunder also, dass Gäste aus nah und fern vom Ambiente, der traumhaften Lage und natürlich der Küche des Il Lago di Garda nur so schwärmen. Senahit Burnic und seine Crew freuen sich schon darauf, auch Sie bald in Ihrem Restaurante am Hindenburgring 64 begrüßen zu dürfen. Weitere Infos unter www.il-lago-die-garda.de www.il-lago-die-garda.de